Ja, The Evil Within. Mit dem Raum. Mit den Stacheln. Der Raum mit den Stacheln. Und ja, ich werde es mal probieren. Kann das sein, dass das hier die Testräume waren? Von äh... Ich würde gar nicht... Ich konnte nicht schlagen. Ich konnte die Statue nicht mitnehmen. Oh, wie dumm ist das denn? Oh, das... Oh, das gibt glaube ich ja jetzt nicht, ne? Ach nein. Okay. Nun gut. Was ist hier? Darf man denn hier? Okay, da passiert nichts. Sieht ein bisschen aus wie in einer Waschstraße oder so. Nur mit Stacheln. Oh, Kisten. Ähm... Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das hier so ein bisschen diese... ...diese Testräume sind von... ...Ruvik, wo er hier damals ausprobiert hat alles. Diesen Hebel werde ich noch nicht betätigen. Der geht auch noch nicht, im Übrigen. Sesam, öffne dich. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 Ich glaube, der hat sonst unseren Hammer in der Hand. Nagu? Schon wieder zu viel gekifft, ne? Ja, rennt alle hin, los, rennt alle hin, los, ja, genau, rennt alle hin. Ich würde nur auf die Bombe schießen, mehr will ich gar nicht. Boah, wie viele das sind. Oh nein, 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 nein. Zu vaaschen? Wow! Brennt alle, ja, brennt. Oh, 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 die Oma, oh, die Oma. Brennen! Brennen, Oma! Boah, wo kamen die denn alle her auf einmal? Das gibt's doch nicht. Nur 14.500, unsere... Uah, hab ich ganz vergessen. Boah, ich werde erstmal ein Medi-Pack nehmen, bin ich ganz ehrlich. Ich werde dieses große Medi-Pack jetzt erstmal nehmen. Denn, äh, oder... Ach nee, wir haben noch eine Spritze. Guck mal einen an. Sehr schön. So. Ich möchte mir das Medi-Pack doch aussparen. Für andere... Für andere Dinge. Ist auch eine Bombe. Ich trau mich mal. Oh, meine Güte. Okay. Ich glaube, wir haben hier ein wenig aufgeräumt. Okay, da liegt auch was im Regal. Ich muss natürlich aufpassen, auch auf Fallen. Weil die Fallen, die sind ja hier, die sieht man ja im Dunkeln nicht. Okay, war nichts drin. Da liegt schon wieder so ein Batterienregal. Das ist aber merkwürdig. Ist es hier irgendwie der Bereich der Batterien, oder was? Bäh. Das ist dieser ekelige Freak, der so komisch aussieht. Ich lasse ihn mal kurz da stehen. Oh, da ist eine Falle. Ich sehe es. Mal eben kurz entschärfen. Was, die entschärfen? So. Puh. Okay, ich glaube, jetzt haben wir das Areal soweit erstmal gecleart. Ich werde mal die Bombe entschärfen. Oh. War das knapp. Ich glaube, jetzt können wir uns hier einigermaßen frei bewegen. Ich werde trotzdem nochmal diese auch nochmal entschärfen versuchen, zumindest. Weil je mehr Waffenteile wir haben, desto mehr Bolzen können wir herstellen. Das ging noch. Das war noch mittig. So. Dann schauen wir mal. Wir können herstellen... Jawohl. Da sind wir eigentlich relativ gut ausgerüstet. Was die Bolzen angeht. Streichhölzer. Was ist denn das hier? Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Strom. Strom läuft da irgendwie her. Wenn ich das richtig sehe, da oben die Kabel. Das sieht aus wie so eine Stromleitung. Und ich glaube, wir kommen unserem Besucher etwas näher. Also den Besucher, den wir... Warum ist das jetzt so rot gewesen? Oder warum ist das so rot gerade? Ich glaube, wir kommen unserem Besucher näher, den wir gerade gesehen haben, ganz kurzzeitig. Und ich habe keine Ahnung, wer es ist. Und ich habe auch keinen blassen Schimmer. Wer sein... könnte. Das Problem ist... Oh du Scheiße, nein! Das wird ein Arena-Kampf. Das sehe ich jetzt schon. Und... Ich glaube, das ist... eine riesen Folterkammer. Und das wird sich hier dran abspielen, wo man kaum was sieht. Nimm die Shotgun-Shells. Nimm die Shotgun-Shells. Nimm die Shotgun-Shells. Boah. Ich will gar nicht wissen, was hier abgeht gleich. Weil wir kriegen so viel Munition und Zeugs und... Das sieht definitiv nach einem Kampf aus. Ist das der mit den Ketten schon wieder? Nein, oder? Und der Hund kann es auch nicht sein. Den würden wir hören. Wer ist es? Das ist die große Frage. Wer machte denn solche Geräusche? Mal kurz überlegen. Mit Ketten? War normalerweise der Fetty. Unser Fetty. Aber den haben wir ja schon zweimal erledigt. Also bitte nicht hier die Gegner jetzt hier recyceln. Immer wieder den selben Gegner. Das ist so unfair. Das gilt nicht. Gehlt nicht, gilt nicht. La 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 la. Oh mein Gott, der Kontrollpunkt. Und dann hatten wir noch... Wer hatte denn noch die Ketten gehabt? Ach, der Hund, ne? Der Hund war ja auch nicht... Oh, eine Ratte. Und der Hund war ja auch nicht tot, ne? Wohlgemerkt. Hier können wir auf jeden Fall die Batterie einsetzen. Und ich glaube, das wird dann alles aktivieren. Alles. Und wenn ich meine alles, dann wirklich alles. Also, los geht's. Halleluja. Ach, das sind Heizstäbe. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir werden jetzt nicht alleine bleiben. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen oder was? Oh, der Brummer. Was? 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 Alter, wer ist er denn? Wer ist er denn? Oh, geht weg. Wer ist er denn? Oh. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Nein! Nein! Ich komme da nicht mehr zurück. Nein! Ich muss jetzt nur leider. Oh. Alter. Kritikierende Seite, du. Wah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Wah-ah. Ja. Nein, 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 ich steh nicht, ich steh nicht. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, ja, die sterben, ja, ja, wir haben ihn, ja, wir haben ihn, oh mein Gott, 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 boah, haben wir aber gut geregelt, also haben wir sehr gut gemeistert, muss ich mal sagen, muss ich echt sagen, also, ich frage mich nur, wofür diese, oh, das ist so fies gemacht, das gibt's gar nicht, das ist so fies, ah, okay, äh, hehehehe, wua, lauf, huah, ich glaube noch niemals, dass das alles war, ich glaube, das geht noch viel, viel weiter. Da ist Hagel, da ist Hagel, da ist Hagel, aber wie komme ich hier raus? Ach da, oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich trau mich hier auch nicht gerade zu rennen, weil ich nicht weiß, was kommt, das ist ja, das Problem, an der ganzen Schose, so, aber ganz souverän werden wir ganz gemütlich durchgehen, ja, muah, was ist das für ein Ort? Ich hab keine Ahnung, Basti, was das für ein Ort ist, ich will es auch gar nicht rausfinden, ich will nur noch raus hier, nur noch, ich will nur noch, oh, Kartenfragmenten, das nehmen wir doch mit, Kartenfragmenten, 19, oh mein Gott, und wo sind wir denn jetzt? Wir kriegen eine Spritze? Sicher ist sicher! Oh, hier ist eine Bombe, oh, da ist eine Bombe, da ist eine Bombe. Nicht er schon wieder, nein! Da ist ja noch einer von dem Scheiß, von dem Scheiß, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich werde die Bombe mal einsammeln, vorsichtshalber. Boah, war das knapp. Okay, wir können keine Bolzen mehr herstellen. Ich glaube, das mit dem Eisbolzen war schon gar nicht mal so schlecht. Und dann anschließend mit dem, anschließend mit dem, äh, Explosivbolzen. Schauen wir mal. Der kommt jetzt gleich wieder, ne? How are you, kid? Ja, nein, nein, was machst du denn? Was, was machst du? Was, zwei? Wie, bitte zwei? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wir sterben! Ich seh nichts, 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 ich seh nichts. Uah, uah. Bombe? Wo war die Bombe? Shit, ich hab keine Muni mehr. Fuck. Uah. Fuck. Warum kommen denn davon so viele? Oh Munition Was? Nein, 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 nein Alter, nein, 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 nein Ach komm, oh Kinders, oh Kinders, nein Das lief doch so gut gerade Mann, die Werkzeuge des Meisters Das lief nicht so, wie ich gedacht hatte eigentlich Dass da jetzt noch zwei kommen hätte ich jetzt nicht gedacht Aber mit einem hätte ich gerechnet, aber mit zwei? Alter Finne Mit zwei hätte ich jetzt mal gar nicht gerechnet Das ist jetzt echt viel Gut, also müssen wir zusehen, dass wir dann die Munition gleich holen Hier liegt diesmal nichts drin Meine Fresse Geh sterben Geh doch sterben, du Sau Geh doch Geh doch Alter, da! Ja, mach... Du kommst kaka! Woah! Gebe, 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 gebe. So. ähm mmn mmn wir können nichts herstellen wir haben aber einen eisbolzen nein der hat nicht oh mann ich hab doch grad ein eisbolzen benutzt da liegt noch mal munition so können nichts herstellen wir haben nur noch einen blend bolzen wo ist er hin fack 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 jetzt haben wir echt nichts mehr außer hier die sterben du hässliches Vieh du sicher sicher und ich werde auf die schnelle jetzt mal eben die Bombe entschärfen die spritze mitnehmen weil die haben wir nämlich hier liegen lassen und ein paar bolzen glaube ich herstellen werden wir ja zumindest ein na toll ich würde sagen wir machen hier in einer weiteren spannenden folge weiter ich weiß es ist gerade sehr sehr spannend und schaltet morgen wieder ein bei sie eben befinden und dann sehen wir uns an dieser stelle wieder und ja ihr seid dann wieder dabei macht's gut ciao ciao